Ich würde sagen, packen wir diese ganzen Pakete aus. Das sind so viele Pakete. Ein Gruß von Dominik. Viel Verglügen mit ihrem Geschenk von Marle. Dankeschön. Was ist das? Ah, eine Strumpfhose. Dankeschön für Baldwin. Wir müssen uns daraus bald so Sockenstrümpfe für die Arme und für die Beine machen. Ich habe keinen Bock, Bodypainting zu benutzen. Deswegen machen wir das aus Strumpfkrams. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Noch ein Geschenk von Marle. Viel Verglügen mit ihrem Geschenk von Marle. Und zwar ist das ein Schlauch für die Airbrush. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wir brauchen jetzt bald wieder eine Airbrush. Deswegen ist wieder Airbrush-Stuff auf meiner Wishlist gewesen. Weil meine Farben nur so medium gut sind. Meine Pistole nur so medium okay ist, sage ich mal. Dann hatte ich mir was cool, noch mal ein bisschen besseres Equipment zu haben. Next Packet. Noch mal von Marle. Oh mein Gott. Und es sind noch mal ein paar Strumpfhosen. Weiß. Für Baldwin. Mach lieber ein Badri-Hari-Cosplay draus. Von Sönke. Danke Sönke für das Geschenk. Allerdings ist es schon geplant, was aus den Sachen gemacht wird. Und das ist die kurze schwarze Hose. Denn ich würde ganz gern ein KDA-Ari-Custom machen. Weil ich eine ganz coole Location gefunden habe, um das zu shooten. Und es ist nicht so aufwendig. Also why not? Eine Strumpfhose diesmal in grün. Und zwar ist die gedacht für... Wie heißt es? Ist das Cosplay, seit ich seit zwei Jahren unfertig hier rumliegen habe, aber gern dieses Jahr fertig machen möchte. Prinzessin Allwut. Von Timmy Turner. Dankeschön. Und das erste etwas größere Paket. Hallöchen, Anni. Oh, da du uns so oft mit deiner guten Laune beschenkst und uns einen spannenden Feierabend nach einem langen Arbeitstag beschert, wollte ich dich auch mal beschenken. Von Son of Mayhem 84. Oh mein Gott. Son of Mayhem 84. Bist du gerade da? Dein Paket kann man. Oh, du bist da. Oh, die Airbrush-Pistole. Vielleicht mal hast du mit Harald ja mal eine Miniatur anfangen, der bestimmt cool. Oh mein Gott, mit Harald zusammen streamen wäre richtig cool. Aber der wohnt leider ein ganzes Stück weit weg. Das ist eher für Cosplay-Stuff gedacht. Aber vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Endlich mal eine richtige Airbrush-Pistole. Ich habe immer nur so 10-Euro-Dinger gehabt, die halt so mittelgut funktioniert haben. Ich freue mich mega darüber. Die probieren wir vielmals später aus. Dankeschön. Von Dominik Mahle schon wieder. Oh mein Gott. Das ist das Korsett für Ari. Schwarzes Korsett. Ja. Mal gucken, ob das passt. Oh mein Gott. Ja, kann man hinten noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen aufschnüren. Naja, wird schon, wird schon gehen. Wird schon gehen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das passt bestimmt. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Hier ist noch ein Paketchen. Von wem ist das denn gekommen? Die Sinon-Figur. Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie. Sieht man sie hier? Von wem ist das? Von wem ist das? Die Sammlung wird größer. Sinon. Sinon. Sogar einen kleinen Panty da unten. Mega cute. Dankeschön. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Du kommst später in die Vitrine. Du Süßi. Oh mein Gott. Die ist so schön, die Figur. Vor allem, weil die halt auch nicht so zum Auseinanderbauen ist, sondern so richtig massiv. Die ist richtig schön. Dankeschön. So. Weiter geht's. Pakete über Pakete. Von wem kam das? Auch von Marle. Dankeschön, Marle. Für die Airbrush-Farben. Oh, endlich mal richtig Ehe und gute Airbrush-Farben. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Die Sinon-Figur ist von Sinon-Loki. Loki! Oh. Wir haben auch noch zu kommen, leider keinen Zettel dazu machen. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Dankeschön, Loki, für die Sinon-Figur. Die ist so schön. Die ist so schön. Was ist das? Okay. Es ist verpackt. Ernsthaft. Der Karton für das Ding, was hier irgendwie ganz klein nur ist eigentlich. Okay. Okay. Viel Freude mit dem Geschenk von Christian, a.k.a. Feuerwehr 001. Feuerwehr 001? Das erste Mal, dass ich ein Paket von dir kriege. Dankeschön. Uh. Schlegel, liebe Freunde. Die sehen sogar richtig gut aus. Brauchen wir für unser geheimes Cosplay, was wir heute anfangen zu nähen. Werde ich euch dann später revealen. Und ich hoffe, ihr seid hyped drauf, weil ich liebe es. Vielen, vielen Dank, Christian. Nochmal von Marle. Nochmal von Marle. Oh mein Gott. Das ist das große Set mit den Airbrush-Farben. Alter. Das war richtig teuer. Du hast so viel gekauft. Oh mein Gott. So viele Farben. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Dankeschön. Voll toll. Ach lol. Was liegt hier? Bei der Corsage war ein Slip dabei. Und das ist das Hässlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Mein Gott. Wie billig ist das verarbeitet? Wer will ihn haben? Oh mein Gott. Einmal von Kev. Mir ist kein kreativer Text eingefallen. Daher einfach viel Spaß beim Cosplay-Craften. Von Kev. Was ist hier drin? Oh. Die Federn. Die brauchte ich fürs Cosplay. Oh mein Gott. Dankeschön. Und da ist noch was drin. Und zwar steht hier. Federn für die Ente. Ha lol. Jetzt haben wir aber alle gelacht. Sorry. Da musst du sein. Nein, im Ernst. Deine Kostelsen sind sehr unterhaltsam. Danke für die gute Unterhaltung von Kev1993. Kev. Bist du im Chat? Oh mein Gott. Dankeschön. Ah. Die anderen Federn auch noch. So ein Riesenkarton dafür. Das war hier verpackt. Das. Hier verpackt. Just saying. Und ein letztes Paket haben wir noch. Das hole ich mal. Das ist sehr groß. Und auch relativ schwer. Ich weiß gar nicht, was ich mir auf die Wishlist gepackt hatte, was jetzt so groß und schwer war. Was bist du? Nochmal von Dominik Marle. Viel Vergnügen mit dem Geschenk. Dankeschön. Oh mein Gott. Marle, du hast ja... Dominik, du hast ja so viel Geld ausgegeben. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ja komplett verrückt. Tausend Euro. Ja, so viel war es nicht, aber schon viel. Alter. Ich hatte mir zwei Softboxen, die ein bisschen heller sind, auf die Wishlist gepackt. Oh mein Gott. Weil während wir creative machen, ist das Bild immer ein bisschen dunkel. Und das mag ich nicht. Und ja, das war ein helleres Bild. Den müssen wir gleich mal so Stück für Stück auspacken. So, ich bring mal ganz kurz diesen ganzen Müll weg. Ich komme wieder. So viele Geschenke. Dankeschön, Leute. Ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Okay. Als erstes was Frühstück. Vielen Dank. Boy, boy, boy. Bis zum nächsten Mal.